Hallo YouTube und ja jetzt da mach mal ein copyrightfreie Musik und so auf ist spannend. Er saugt dann schon wie das ganze WLAN. Copyrightfreie Musik. Ja irgendwas. Wenn ihr euch copyrightfreie Musik einiget, dann kommt ähm Ding. Einen Dislike, Schnitzelbold, warum gibst du mir einen Dislike? Pass. Ist die Uhrstunde also. Oh shit. Geh auf NCS den 197er Copyright-Free-Dingens. Versteht. Wo hicier ich denn da? Unserererer. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn wieder überspringen. Was machst du da? Da. 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 Musik laft da Ja was machen wir jetzt? Auf und auf Auffüllen spielen Ja Simon kannst schon beim stream schauen ob Musik zu laut ist Na Queen jeweils selber streamen Kuss selber noch schauen Ja aber ihr habt man hört die Hintergrundmusik zu vollidiot Hallo Ich bin immer nur müde Ich gebt ihr den Like Ehremann Pfff Digga ich darf ihn sehr verzogern ein bissel lauter machen Vor allem viel über das Headset Hätte ich heute das ist normaler Sound stoppische seit sechs Stunden online wir haben nicht in zwölf Stunden ja fünf und halb Stunden wenn man so lebt bestätigt bis zum Shop dann sind es circa 13 Stunden die Jungen der ganze Tag ja wir haben auch Corona aber ich muss ja auch ja ich auch wir müssen auch aus ihm machen immer kriegen wir die Lösung zugeschickt ich habe die Lösung bekommen wir müssen sie unseres immer schicken und dann sie haben wir morgen Nebel bekommen er ja ich glaube am Ende der Woche gelesen ich plant hier nicht mehr und hier vorne klappst du andere können meine Wurst und ich bin voll eingewöhnt in Apex Pex Pex das geht doch nicht von den FBFs aus oder doch ich glaube ich sind die Drecksmusik zu laut und manche ist zu leise die andere das sind ja bei mir scheiner ich weiß nicht das verschwürt wer kein anderes beschreiben soll steht doch ihr rechts dran ja den mach ich den macht er und ich bin voll scheiße bei mir sind voll viele haha ich hab sie gerettet so äh da vorne ist ein Gegner oh fuck jetzt hab ich sie weg ja das heißt müsste Musik passen äh der hat der ist One-Hit U-Low 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 ja das heißt U-Low die Zeit auch noch gehen 3-Tick Maitik aus der Zeit Elko der Pump game ich bin lieber Tech als Pump und das sind vorjungen er hat selber keine wer ist Tothilfe hallo oh Scheiße der Spanier den neuen hat und ich treffe nix biete kommen ja ich komm geil ich hab keine mats macht grenades hast du ihn oder der ich bin auf 9 hp vielleicht ist dann gibt heute her ist da hier vorn setzt mal weniger sagen keine coronavirus ist der andere wichser liebt wer wichser ich habe ihn zu mir hingezogen hat kein schaden sie ist ein pro player herkommen ich habe sogar noch einen nokta aber dann kommen wieder von der anderen seit jemannes faktor sollte man coolen skin zeigen nein ok ich hoffe die nicht gehen kennt ich kenne ich ja ich habe mir auch noch mal ich weiß schon ja den kenne ich die elite agentin oh ja das ist ein absolutes schweizer skin hast du den auch nö leider nicht boah ich hab den kleinen skin wie du warte wo ich jetzt kalamiti ne karbite kabel why are you don't come with us in the google in the match for me in die grupe for me in die grupe genau ok wir holen jetzt bin ohne dich geil ach so ihr habt kein match bereit drückt wir machen jetzt einfach ganz schnellen hasen wir gehen nach der agency wir gehen nach der agency nein wir gehen mal nach der agency wir wollen ganz schnell einen hasen wir gehen nach der agency ja die fette insel in der mitte ich habe das spiel erst gestern wieder anfangen naja naja du willst der andere den ich mal rausspringen ja der liebste ja der liebste oder der trinkt wein oder du bist es ich bin es hey was bin ich ein jahr das war lustig ich könnte mir die da wohl sagen wir die namen den einen dynamo wurde sie sind für die geist kann ist ja wieder ich habe so oft ein rocket launcher griechen schwestern das musik ist der rocket land und dann springen müssen und blut soll ich mir die namen holen ich habe es so gleichzeitig hat du kosten im kursen aber was schön wir haben mich jetzt so angeballert werden direkt oder blitzen noch langer weg sagen wir bist du dumm sache mal bist du dumm wie es gut war geil also champion ja wir von zwei seiten bis er hatte eigentlich die goldenen drum gun alles klar er was schießt war es war der typ der goldenen hat er so was von impuls ich guck mir jetzt an Okay, lass ihn Wir hast Brawl 265 Wenn ich den Finis Dann dauert das leider wieder rein Hallo Finisht, seh'moi Hallo Finisht Hallo Hallo Wer ist denn jetzt dieser Präum? Ha 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 Weil einfach geholt wurdest Ha ha Und sich gleich wieder pitten hier die junge wie schnell du kult wurde ich wollte ich schaue ich wieder zu mann ich wollte doch gar nicht zu weit zuschauen jetzt schaue ich in so einem old wine zu jetzt gehen mal da eben eine item shop bitte man ich kann immer weiter im job ja ich gehe in das alte ja und jetzt wieder auf die nahe auf die warte und freut sich zu verbrauchst ja 2.0 es ist nicht also das war schon im aus oder Du's mal volle Sensi und dann musst du mit deiner Maus immer nach links und nach rechts. Oh shit, okay, ja, bestimmt allerdings. Wo ist denn die Sensi? Oh Gott. Eier. Ah, wo ist das denn? Ah, wo ist das denn? Soll ich mir den holen? Das ist hässlich. Oh, die habe ich schon so lange gemacht. Soll ich mal Wagen-Skin? Hast du nicht? Ich habe Wette. Aber hast du den da nicht? Ich weiß nicht mehr, was meine Empfindlichkeit war. Ja, aber da ist kein Dramat. Ich muss mich schauen, was meine Empfindlichkeit war. Es bin glaube ich auch noch. Aber das ist der Landkreis. Original. Die Junge kann auch mal ins Kind nicht bewerten. ja doch mal irgendein scan hier ja egal wo es war ja ich hatte genau das ja wie soll ich ihn jetzt wieder auf 30 kommen was für ne sensi spiegel ich kann mal schicken 63 ich bin preis ich bin 30 geht ganz genau 30 ich bin beschäftigt was Prozent das ist ein drittel von 90 h 5 Kofi kennt ihr die Spitzsacke die habt ihr bestimmt nicht welche schlagen nicht so rum die sind behindertes Stück Scheiße doch die kenn ich die finde schon die weißt du geil genau so wie Fuchs sein Gesicht ich hab da nix mehr so seit Leib und Leid das ist schon wieder ja perfekt das ist einfach Gaming Musik Mai 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 Simba das das muss machen was mein schien hat nie und um wenn du mitspielen willst musst du mich ich echt so während dem spiel vor allem unten rechts steht für epic name herrscht ausrufezeichen epic in den chat hashtag hashtag es geht ja nicht bei dem fetten neid bot hätte auch eigentlich müsste das gehen es geht der fuchs du brauchst gar nix so was nieder mal ja auch von ne guck ich habe voll waffe und bei mir scheuen noch wird von euch wird die umbringen ach so wenn du den klinges reinschneidern geht es viel schneller als man natürlich neid geil aber blauer pump erst mal abschneiden oh shit bei mir scheuen auf die euch einer da ist bei dir einer ist bei dir etwa schub ich hoffe ich bin bitte kann oh my god scheiße der hat ne kaum kein ähm ein hilfe find operativ nah sondern beruf ich schütt dein ich oh mein Gott wie krass ich bin mann was die PAM braucht Ewigkeiten bis die Wichse schießt ne schwörst du es schafft ab wie krass du kannst auch mit man muss halt Fuchs gehen nein ne passt schon dann spielen wir kreativ okay geil ne ich hab keinen Bock die beide keinen Bock auf kreativ jetzt war die womit bemächtig müssen als die Heizkirche dann noch mal und der wo gewinnt der Wüsch okay komm die man schärfe statt Papier okay geil neidbot hat es einfach aus irgendeinem klünen Julien King für fünf Sekunden gesperrt die Einladung hat wenn wir in den Kind gespielt und nicht aktuell eine Art von dieser Kinder und Schnellalong warum eigentlich nach oben wie gerne Symbolen spämen Nemo schießt das Wort nah wo er ist wenn er kommt es heute eine Korberechtigung und dann du dann nix musst du ihm wenn du ihm kein mod gibst dann hat er keine bedichtung da macht er nix wie klug er schon ist ich bin stolz auf ihn irgendwann irgendwann mal schafft er für mich mal aber seine Zuschauer sind gar nicht aktuell oder also deine ja ja hallo 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 leute wenn hast du in haus bei der die so dumme leute das ist so geil weiß nicht warum man mit uns zu tun hallo freudig von wen kümmerts weil ich habe eine blaue zählte feindlich oh mein gott davon werden feiert ja ich feiert gegen die bots mein Gott wir müssen ihm helfen was nächstes zentralen ab bei den zwischendurch haben auch mehr ich bin lieber auf youtube ich war mir schon die toilette na ja er hat ein bord exaktiviert sie mal wieder 100 leben abwärts edit die wixer nicht töten ich finde ich finde ihr möchtet sie nicht nein ich wollte die bitte okay ich kriegst du bist danke ich soll voll nirgends für dein abonniere mich auch mal hier du musst äh es gab es mal jemand zu sein und ihr wisst ihr mögen wieso soll die ihr abonnenten sich verheiratet du mir nicht einmal äh ne derzeit kommt ich brauchst du ja du bist verlinkt in meiner dinge und sie brauchst selbst jemand du hast oder na ja immer das mädchen gemacht es war so verschwendung hier aber ich habe mit wenn du siehst du in meiner bestehst in meiner beschreibung kann hier auch wieder raus machen das haben wir auch hat jemand ich hallo ich wüsste einfach ich habe jetzt nur noch einmal hat jemand selber Moni genau abgelehnt haben naja ihr habt auch zu schlippen was damit er glaubt mal dass jemand was glaubt Mann Simon such mich hey wo ist er denn? Mann such mich hey wo hat er Schüsse beim KDS such mich jetzt kommen gibt mir ein bisschen okay bitte aber nicht nur eins jetzt Junge okay ist Glück ja danke gut unser Maid dran darf ja das stimmt oder? ich will das und stirbt lass mal glaubt dass es stimmt ich will seine Ammo ich will seine Ehre ich will einfach hielst ja Digga es ist trotzdem noch mails nö nö glaub ich dir nicht dass das ein Maid ist ein Stück Scheiße in meinen Augen nö KDS nö es hat es hat die Maid ist egal es ist mir wirklich ach hau es tut hübschen wo sein nö 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 ne nö 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 hübschen Ähm, das kommt einfach nur von dem Gesamtlevel ab, äh, an, drauf an. Und wer hat da so ne Mädchenstimme? Ja, ich. Ich hör mich an wie meine Schwester. Das stimmt. Bist deine Schwester. Und nicht meine Schwester. Er ist seine Schwester. Ja, ey, zum Glück. So, sonst hast du, äh, die Köder was schon. Oh, sieh, es kommt nicht normal und dann so zwei Köpfe. Warme so ein Mädelskopf und warme so Ding und er ist alles. Genau, das sind sie ja miese, sich nicht Zwillinge. Genau. Kein Mensch weiß, was es ist, aber... Ist halt eben so. Ihr Junge hier seid einfach nur zu dumm. Na, Mutter. Na, schau dich. Auf dich. So, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib mal stehen jetzt. Dreh dich nach da mit deinem Gesicht. Nö, ich ist jung. Nö, ich ist jung. Er muss Haus sein, du sagst, der Tasse. Der Tasse ist gleich. Ich hoffe, die geht sowas mal kaputt. Diggerabschutz, Gott, hast du zu gut. Vor allem, das Ding ist halt, Gaming-Tasse-Touren geht halt eh gerne halt eher kaputt wie normale Tasse-Touren. Ja, echt, so traurig. Aber das ist mir jetzt ganz geil aus. Also, dann spiel ich mit dem Büro, Tasse-Touren, weil das interessiert, aber eh ko, aber eh ko, Handcamer. Also, enttäusche ich einfach, oder? Groß aber Gaming-Tasse-Touren nicht leisten. Ich hab' Gaming-Tasse-Touren nicht, ich hab' Gaming-Maus. Ja, wahrscheinlich so von mir nur 5 Euro. Echt so? Voll Gaming. Ach, von ne? Ne, doch nicht, oder? Oh, ein Loot-Drop. Ich geh' zum Hintern, Loot-Job, das ist mein und der hintere. Okay. Wenn mir den einer klaut, den bringe ich um. Das ist nehm' jeder Forderer. Nicht nur in Vortrag. Ich scheiß drauf, weil ich es gar hab. Ja, tu es das gar nicht. Wo ist das Problem? Du hast das gar nicht. Wahrscheinlich bekomm' ich jetzt es gar nicht. Ey, mach mal. Ich kriege bloß wieder Pistel. Ey, hast du wieder nur Pistel, dann? Na, ey, aber das weiß ich eh schon. Ich krieg' das Safer Pistel, Loot. Wenn du auch kriegst, kann man drüber reden, also... Also, da hast du lieber was auch als Garne. Loot, ich bekomm' gar nix. Ich werd' hochschossen. Oh, ich hab' auch bekommen. Ja, möchtest du mein Garne für's auch tauschen? Joll. Nein, nein, lass' ihn mal. Ich hab' gar nix bekommen. Von wo bist du hochschossen? Hä? 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 Ich werd's mir mal hielen. Ja, aber Digga. Ja. Scheiße, meine Omi, deine fette Penny, was so gemäßigt. Oh, 157. Oh, der war so lecker. Ich wär' der war so lecker. Lecker, Oli. Ich denk' ich wär' die Matz. 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 Der ist in Loot, eigentlich muss man den Puschen gehen. Ah, Digga! Unser Team-Mail ist einfach nur zu dumm. Ich hab'n Jumpo. Ich hab'n Jumpo. Ja, ja. Das ist halt echt unlaut. Oh, Junge, wer macht das denn? Wir haben voll löli, Alter. Jetzt ist natt. Er ist weg, natürlich. Er ist weg? Nein, ich hab'n in den Busch eil wir noch nie, wir können auch als Sniper. Das hört er nicht nochmals Sniper. Das ist das Problem an der ganzen Theorie. Ne Theorie. Ja, aber wir kommen alle außen rum mit. die sowieso wenn das ich gehe rechts außenrum nicht links sondern rechts weißt du ja okay erst mal den baumweh machen ich bin bei ihm oben drauf ich komme zu mir bleib hier oben zu den krieg die doch normalerweise wir werden gleich alle so untergeschossen hätte der ist da ganz oben warum ist er den gelieft der wichser wir werden runter geschossen ich habe nichts gemacht ich habe vor fünf minuten sagt ich hier sind da kennt alle runter und sie was macht ihr doch trotzdem ich habe ich bin nicht schon ach komm legt mich der snipe hat nicht geschmeckt war baut ein baut ein bauern ja schmeiß mich ruhig julian king das ist in drei jungen da kommt wer zu war zu bau zu was machst du dann zieht doch was er halt mal Bau hinter dir auf Hälfte der ist so dumm einer One als ob das die Letzten waren lol ich mag ach Junge ich hab den Eindruck gegeben du magst jetzt noch doch was baut dir eigentlich nicht hinter uns zu nein das bringt nichts nein ich werde dich umbringen ich werde dich umbringen die 101 auf straße schauen wir ok ok lag nichts ab ne glaube ich nicht doch wieso genau jetzt war fucking Werbung das Fakten oh Kinder Werbung oh fuchs ist ja Werbung kann man herbei die ncs kam nie Werbung ne ich schwöreste ich schwöreste herr digga wie ncs ja ncs no copyright sounds da gibt es so 107 warte wieviel lol das ist wohl super da gibt es eine playlist die hat 340 Lieder hier ist er am geilsten ich hab die ganze Zeit Ohrenzuschauer wer ist das keine Ahnung ich weiß auch nicht vielleicht bin dass ich vielleicht gucke ich auch mein zweifelstirmen dann coolen streamer wenn man zu wissen wer die waffen du hörst hoch hoch zum glück einer verzögerung dann droppe ich schnell die waffe und dann sag ich nö hab ich nicht welcher Depp wollte nach Salty Sprints also du wirklich ein paar Stunden 12 Minuten ice stream right now seit 5 Stunden 54 Minuten und 45 Sekunden bald 6 Stunden ok die Musik gehört ja voll geil aus Simon du hast echt recht alt und da ist halt Chor einzige Werbung auf alle Lieder wie scheiß denn da sind schimpfen hey digga geht das auf jetzt brauche ich nur 6 Stunden 1 Stunde ist 18 jetzt ist halb 7 boah check seit 8 halb 9 halb 10 halb 11 halb 10 halb 11 halb 11 7 Stunden mehr ja das geht habe ich 13 halb Stunden ne dann wird das wenn ich nicht richtig gerechnet habe wieso ist an Olli dort landet auf dem gleichen Ding ja weil wir sind ja weil ich da immer lande junon wieso ich alle ich nicht alleine die jungen das ist ja das ist ja das ist ja ja das sollte ja mal zu mir kommen sind sie alle beim haus ich habe ein haus ich habe ein haus 2 sehen wie das passiert keine ahnung wie 21 ist denn du für lauten bis 21 uhr hat es bei uns haben sie ist doch keine ahnung wieder mathe wie ihr die uhr lesen kann die wixer ach du scheiße einmal wer kommt mir zu guckst du musst mir zu schauen ich habe einen schon getötet von soll ich sind doch nicht sonst mal zu mir kommt ja ich meine auch wir kommen zu mir nicht sind er hat nichts an nun wieder dass wir solche leute abpacken die zwölf ein aber haben keine jungen ich brauche jetzt mal eine waffe ja du hast ja im besten gut wieder ich brauche eine waffe da tut keiner mehr gut okay ich brauche eine waffe ich brauche eine waffe ich brauche eine waffe ich brauche die waffe oh ich brauche die waffe ja so wo sind die ganzen wixer ich werde ja alle vernichten ja bei mir ist einer mit zwei ich werde sie alle füllen wir müssen dem mädchen helfen aber hat noch mal ein junge ich hab zwei man ließ die leute kommt bitte her ja du dein bestes ok warte geh du geh du in reviven ich mach mein bestes nein junge das sind zwei ich hab ihn ich hab den ganzen squad ausgewertet hinter mich bitte ja ja das macht man gleich wie ich alle ausgerottet hab alter wie krass sie haben madkit ich not Ich schon. Oh geil, Lootjob. Mein Lootjob, mein Lootjob. Hä? Haben wir jetzt eine Neustart-Karte. Oh geil, Rocket Launcher. Ich werde euch alle vernichten. Cool. Warte, da sind zwei Minus. Geil. Wie hast du mich da reingetan? Ah, jetzt verstehe ich. Wie habe ich dich da reingetragen? Hä? 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 Bist du? Wie viele Biggys sind jetzt? Hast du doof? Gib den Biggi. Sag mal. Junge, gib mir mal den Monier alter. Ne. Bist du doof? Hei Jamie Boah, Digger. Weiß eh wenig, meine. Ich weiß. Jamie Boah, ne Boah. Ach, keine Ahnung. Ich weiß. Hoffentlich werde ich jetzt gesnipet. Ich war zu lang. Wenn er gesnipet wird, dann... zwei Beziehung runter und hütteln. Also hütteln. Wie findest du mein neues Profilbild? Keine Ahnung, ob das Profilbild... Port Metal oder was? Nein. Wo denn dann? Guck mal auf deinen Stream und dann, was ich geschrieben habe. Dann geh mal auf das Profilbild. Warte. 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 Wann hast du denn was geschrieben? Ah, ich hab sogar gespamt. Teilweise. Schlinge, hey? Keine Ahnung, wie der YouTube passt. Komplett verplant. Oh, wie sind jetzt so neunzwanzig sind, Leute. Oh, wie sie jetzt sind, Leute. Äh, ich bin doch nicht. Du bist so neunzwanzig. Du bist so neunzwanzig. Zum Glück redet keiner mehr Spaß. Ich fresse immer mal gerne Graus. Diese 5 Minuten sind doch schon vorbei, oder nicht? Wer hat hier am meisten Kills? Ich hab 2. Ich hab 3. Ich hab 0. War mir klar. Ja, bau mich weg. Ja, einer wurde mir abgestopft von Simon. Ich? Ich taug nicht oft. Doch du hast mir abgestopft. Dann sieht man da mal so wie krass du bist. Ich hab den sowas von blau geschossen und du hast fast den einfach getötet. Ich hab den einfach getötet. Oh. Hoffentlich Kimmels Gleis, wo nur ganz kurz, wo ihm das Ohr nicht stück Mais fällt. Und da stehen dann einfach 3 Leute drin. Ich stelle mir irgendwie lustig vor. Also ich fahre Metz. Da geh Metz fahren. Minis, sie kann ich mitnehmen. Sind aber für den Fuchs. Warum ist da ein Lagerfeuer? Ja. Anfachen. Kosten 30. Junge, wir machen da bloß ein geilo Signal. Könnten wir nicht auf den Fuchs warten? Egal. Gehen wir einfach da verreckt schon. War die mal ein Rocket Moon? War die mal ein Rocket Moon? Ja, ich hab zwei. Ah doch, hier. Junge. Junge. Ich möchte mich jetzt sauber buchten. Ich muss Musik lauter machen. So. Viel besser gleich. Okay. Jo. Genau. Okay, warte, ich muss kurz was ausprobieren. Digga, da haben wir ja nicht mehr was. So, jetzt ist besser. Definitiv. Wirst du mal kommen? Simon. Was? Ich komme. Okay, was jetzt? Einfach kommen. Wer wurde gesnapt? Also, ich hab einen Snapt gehört. Charlie Sniper. Ich weiß sofort, was ein Sniper ist. Oh mein Gott. Ich weiß. Ah ja, von oben. Okay, wir machen Rocket Riding. Wer will Rocket Riding? Ich. Okay, komm her. Ah ne, die. Okay, komm. Okay, 3, 2, 1. Hopp. Junge. Ach komm, leck mich. Oh Gott. Oh. 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 Ich glaube, wir werden zurück. Ich hab nix. Freunde, ich hab nix gesagt. Freunde, chillt. Ich hab nicht mal metzt. Ach du Scheiße. Ach komm, Alter. Einer hat 115 Minus. Benedikt. Scheiße. Frau W. Das ist die G interesse. Ja, also, das ist die G interesse. Nichts. Was hab ich gesagt? Ich hab wegens. Na, ich hab noch mal. Ja, du. Ich hab mal eins. Ich hab' mir Malche. Ich hab' mir. Ja, wow. Ich hab' eins. Was ist denn? Ich hab' eins. Wie leise denn? Ich hab' ein, ich hab' ein. ich habe ein ich habe ich habe ein jump pad warte holt alle unsere karten und dann geh weg mit ohne zum pin meine karte war ja kommen wir runter im mess rein karte links wo ich meine karte sind wenn dies ist die karte musste nicht mitnehmen dies wertlos was laube kann ganz oben was da oben wie ich einfach ein kult was steht es mir knapp ja wenn man scheiße ist dann schafft man es nicht will ich du scheiße sagt ein bisschen scheiße sein ja ok wer ist scheiße mann so knapp mann so reden nur scheiß leute er hat nicht gerade erst versucht mit dem club ist auch mal wenn ich so ja dann muss man da drauf drücken achten sie ab und dann stück ich mal auf auf junge ein bot war bei red jetzt dann hab ich doch nein hast du das habe ich schon und es dauert muss keine ahnung warum sie ist gesagt jetzt hat eine mutter auch hier ist es war so ein schlechter witz ja weiß ich also fast schon wieder witzig nicht lustig war die musik alles geht oh my god die musik ist super fuchs werde mal bei welches ding hast du jetzt da wird da muss 340 lieder gibt die musik ist voll geil was ist also was habe ich jetzt für ding was erwartet ich bin mal legen heute was er schickt ja mal irgendwie die musik ist die musik ist voll geil 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 Okay, we're gonna make the game time, I'm just gonna say something. Ja! Behindertenvogel habe ich gesehen, ein Behindertenvogel. Hier ziehen wir Po-Players. Diese Po-Pro-Player. Lustig. Pleasant Park, Geilo. Es ist ein Paar. Halt dein Mund, weil sonst, schalte ich dir, nein. Wahrscheinlich kennst du das hier gar nicht. Der Disney kennt, der hat seine Kinder verpasst. Ja, Self. Das Lied ist scheiße, sag ich, die so wie es ist. Also ich will aber sagen, dass ich Lama. Take the L. Na, was? Ich sehe zwei Lamas. Ja, was? Oh mein Gott. No way. Was ist da? Was? Da vorne ist eins und hier ist eins. Vor allem das Ding hier ist, es spornen maximal drei Lamas auf der Map, ne? Da vorne spielt mich eins und hier ist auch eins. Ich hab mal fünf gefunden. Kämpf. Okay, warte. Warte. Wir freuen uns mit dem an. Wir machen, warte, stopp. Geh weg. Warte, stopp. Warte, warte, warte. Warte, bleib hier, bleib hier. Warte, stopp. Warte, bleib hier, warte. Warte, bleib hier, warte. Warte, stopp. Halt, stopp. Denn wir haben uns gerade mit einem angefangen. Ist das? Ist das? Wir haben uns gerade mit einem dabei. Mit einem grünen Skulltrupp. Bei mir gegen den Tod. Ach, der gibt mir OnePup. Er findet eine lila Pam. vor allem für mich. Vor allem, Julian King, bitte. Er schleppt mich. Bitte gehen. Der schleppt mich weg. Ich werde er schleppt mich. Warte, bringt er bringt er. Er bringt er. Er bringt er. wie ehrenlos ist er so ein wichser ne so ein wichser ich schwör's dir bringt ihn um bringt ihn um der bhr hat uns behandelt wie scheiße ich hab ihn mal wieder hinzgeben weißt du ich hab mich einmal gefreut dass es wieder geht dass man sich anfreunden kann eine medizin jetzt vor stimmen die haben das nicht ist ja eine artige karten wir haben dann können wir diesen wiesboden bus gehen er was in der russ auf den land kannst du dann zum wiesboden bus fliegen auf erde im jump auf er bei dem herren gab es von hilfe der jahre hat ja war schon der eine wo schon der andere geht er einfach hin kennt sich dann genau so genau so ganz gemein da ist der typ um bring ihn um war die musik hat es auch geil ich werde 64 und 65 ist das geilste ich werde diesen besuchen hey warum hat der so eine pump der mini für dich und jetzt gehört zu mir im king und mein gott vierziger wieso hat der one wieso hat der spaß ist wieder klar jetzt bei die musik ist so geil ich weiß die schüttchen die auch hochschöne ziele wollen ja ich habe ein kleines zweites geiler das erste hier die jene mal zwei zehn books nach aus der sorge das herrlich muss werbung überspringen das ist bitte ausmachen ja ich so machen aus erst die halt im streamer das ist copyright free musik oder schalte ich dumm ich schaffte es ja irgendwie falsch die musik eine karte hat nur noch 30 sekunden oder so ja ich feiere die musik so hart ich wüsste hey feiern die andere musik mehr wenn ihr ehrlich aber jederzeit erzähl mal wo ich mit deinem der hier oben glaube ich scheiße das ist ja julian king oder so geht einer zu ließen warte was mit ihm los der leute und er geht es nicht hat er das auch mal ja aber er hat die ganzen jetzt nicht geöffnet ich hab's geöffnet aber irgendwie verhälte musik das ist ja hat er geht wieder auf ihn oder doch ja die musik die sie ist nicht so gut mann alter er fackt so ab ne er kriegt wieder ne lila spaß ich glaub ich will nicht schon zig noch auf den heute ja die musik lautstärke ist nie perfekt entweder zu laut oder zu leise bin sogar mal passen musik so oder zu laut oder zu leise ich will in der böse sein aber ich kann auch nicht nett sein sag einfach ob es zu laut oder zu leise ist ich höre es gar nicht also kommt jetzt zu leise es ist jetzt das dauert nur 20 Sekunden ich muss mich nicht stummeln bitte Junge ich habe nichts mit Schnell jetzt erstens safe oder ja ja jetzt ist zu laut ja irgendwie schon auch was ja komplett auf die es wenden jetzt war jetzt in leckst bei mir wohl die perfekten lautstärken hat wenden das ist wieder so klar weil das die ganze zeit entleckt oder mein wasser mal ist bisher kann baum auf meinen kopf die ganze zeit springt ob musik das oder bis sie wenn ich im bus bin wenn der bus ist ja ich bin immer ein busch er zum glück musik ist schickern nicht weil ich war für eine stunde bus vor allem ich schlafe bis 15 uhr wie sagt man es jetzt musik besser ja immer noch zu laut jungen das ist jetzt einfach so gibt die kapitel man zu auch einer leute ja ein anderer herrschaftsgeschäft schafft man auch los wahrscheinlich aber nur wegen der musik wir können bestimmt lief der jahre wieder bei japan bestimmen bei einer bei mir im jahre als hat schirm ist halt einfach schauen ob die die hat er die musik übersetzt etwas ja das ist es ist halt so ihr herz ist anders als übersetzt hat also bei ich ja in 60 lauter oder der reise recht ja das war es so als mal weil du sie bei es sind über ob es aufstehen kannst oh mein Gott ich bin froh oder gar nicht mehr mal eine röcke der arme der wie jetzt zerfickt aber sowas von keine kraftausdrücke die drecksuhren so nicht richtig umbringen vor allem das interessiert youtube interessierte singen scheiße ob ob man irgendeine beleidigt oder nicht weil es ist sowieso nicht streit wenn ich denn jetzt drin Afrika is my best friend auch bei dieser jemand die letzte dieser kommt man bitte zu mir bei ihm die Kiefer zu tun ist der Gegner er hat ja auch die Hörer ist die Liederpässe von die warte wieder versuchen deine karte zu holen ok rock und wie sie waren da bei dir keine oder wie war es gar nicht ja ich habe ihn artiger was ich habe eine scheiß wand du wichser ein zeichbar eine wand und ich schieße jetzt mal so ein einst der sparen und nöder schießen wir jetzt mal durch ich will nicht sagen 30 sekunden die studieren an eine karte die zwei zuschauer so heilen alle zuschauer eine davon bin ich einer davon ist der andere davon natürlich hat der rocket launcher ist wieder klar ja dann hat er von mir geklaut und war der schildmann das faktor mit ob er zwar zwei hp kraft normal und dann hat er voll schild gehabt es ist wieder klar ich habe sein skin kombi so hässlich schwörst vor allem wo gibt es den hasen hier das auch so ist er kann ich jetzt nicht ganz er nimmt jetzt ja nicht ernsthaft in rocket launcher hat er schon mal fight bots gegen bots gesenkt ja das ist so geiler bot gegen bot zum sägen voll mit nahkampf er ist stehen so mit der reihe bei der stellen sagt wenn der papp auf dem kopf und kohler trifft ich bin das ist so geil das sehen wir jeden tag man sieht man so jetzt beim falten lustig es ist ich weiß lustig jubel zu tun mit einigern am händler die händler sich auf das mehr als gestehen es steht doch sogar da besser ist sogar tennis im buch das auch gut sehen haben glauben sie zählt das ding ist der julian king ist der einzige der versondert im dann kackspastisch wir haben vielleicht genau so als ob er auf dem handy spielt lol er sei der schnell checker von der fremde aus ja sorry was gott war ich da schon mal doch zu was gott fok 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 die Schilder Bac Fax 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 da gibt es auch so ein Minum oder nicht ich hab nie hier zu besorgen nur die Gäste ich hilf dir und jetzt welchen wer stimmt nur so und scheiß er hat eine Pamp ich kann dir nicht helfen ich höre es dir auch scheiße die Hälfte Arsch heißt er doch nicht äh verweckte war also der stadt ist üblich geil wo ich jetzt bekommen jetzt kann ich aber helfen oder ich gehe auf die dache von der hütte also weißt du aber ja weiß noch was ich mein habe ein jahr zwei der 231 noch herzufall 231 ich glaube nicht er sprengt die controller player kontrolle kommen kommen die ich habe mich noch ja ich schwöre da ist doch nicht man gegen um auf dem dach ich habe ich sage ich komme nicht i outplay him because i have granate das waren die drei eurogranaten von tv wo ist der typ ich muss gehen es gibt es ja ja komm ich geil ich schrei doch nicht so rum hier das war das war voll ne ohren wie du wieso habe ich entsprach schon bloß auf 100 ich komme bin nämlich dumme ich sag immer wenn es essen gibt sag ich immer nö warte mal aber du weißt das ist meine blaue arja das ist auch blut oh geil du bist so fies du bist so fies du bist so fies der gegner das mächtige von uns ist einfach zu komplett um das mächtige von uns ist einfach zu bemerken jeder schuss hat bei mir getroffen also ich habe halt so einzeln geschossen do you know how i mean you little asshole no i don't know hätt ich auch an deiner stelle gesagt warte ich mag den assist machen bitte ich mag den assist schade schau ich sehe ihn nicht mehr da oben sind gegner ok die holen wir uns da unten liegt loot mein loot auch wenn ich den nicht gekillt habe er trifft eh nicht den weg sind was ist zum thema er trifft nicht mich hat er nicht getroffen ich hatte ja nicht mal eine waffe also es ist nicht ehrlich dass ich hasse brüchst ich hasse das ist blumen da ist nur einer wasser was das was kommt da bleiben morgen ich bin auch so ein gut träge bitte das match sie mann sie mann kriege bitte das wettkirr ja ich habe nur uns wenn wir mit jetzt heute ist oder wie viel leid santa mann bist du tot unten sind noch mehr komplett squads die mann jetzt helfen wir doch bitte danke wenigstens finish da ist gegner egal mann von zwei seiten fach doch nicht so ab jetzt kleinen wichser wo sage ich der julian ach komm ich wollte aufs zampel springen wo mein meister der julian ist auch von eigenem egal es fackt so ab ich schwöre hey lass uns wasser gehen und einfach davon treiben ich bin so klein du aber ich nicht oh ich bin direkt an einem asshole ja riech mal riech mal ich bin klein down ich kann eigentlich schnell da bleiben hey warte kann mich jemand hoch holen julian king du schaffst es komm zu mir na das ist nicht ich finischt nicht doch doch schnell bitte beeiligt du schaffst es ja 16 14 12 10 für 8 6 ok ich hoffe doch nicht ich bin tot ich bin tot kann so meine karte ja als ob er jetzt echt einfach gegangen ist der bühne war schon ein wichs auch du ja lass verlassen oder echt zu echt scheiß auf den bini echt zu würd ich auch verlassen verlassen warte ich mache jetzt mal ich mache jetzt mal nach der nächsten runden mache ich mal schnell ein koffein freier kaffee das juckt niemanden ich schwöre es juckt niemanden interessiert mich nicht ob das jemanden juckt macht ihr halt auch mit extra mittel wir schauen wir nach vierter mate oder warte wollte der nightbot vorhin mitspulen hallo hey jetzt mit mir der nightbot weil der nightbot mitspulen tue ich oder ja keine ahnung wie hoffnungslos kann ein mensch sein wie hoffnungslos kann man sein als ob der nightbot mitspielen kann hab ich das jetzt schon gesagt ist was für youtube der was rein ja gut 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 was muss ich sagen nö lass mal nö dikerman simon ganz herrlich ich bin selber heraus ich bin selber heraus piece down quit warum hab ich den nicht jonas bude für 5 stunden online eh man war er den online was ich nicht gedacht hab bitte jetzt simon hat da jemand irgendjemand der mitspielen kann simon ihr hättet ohren aber zuerst sagst du bitte ist wie das funktioniert ja du musst ja im internet was auf youtube da musst du mit dem youtube konto um dann kannst du custom commands machen und er hat auch selber schon commands und passt auf dass keiner scheiße macht also so spämen oder so dann blockiert dir die aber du musst ihm erst moderat so geben also nur so doch in youtube aktive user give away time einmal give away ok oh shit mark what chance three miles